So, wer sich gerade gewundert hat, was hier los ist, hier ist ein offenes Mikrofon, hier darf jeder sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist. Und jeder Beitrag steht hier für sich, jeder spricht hier für sich in seinem eigenen Namen. Und man muss übrigens gar keine politischen Beiträge machen oder spirituellen oder was wir heute alles gehört haben, sondern man kann natürlich auch einen musikalischen Beitrag machen und da freuen wir uns jetzt drauf. Jetzt kommt unsere musikalische Einlage.